Leute was geht ich bin es wieder Simon und ja heute Freiburg Borderline fahren von der Kapelle mal der obere Teil ist gesperrt leider deswegen muss ich jetzt ein Stück von weiter unten fahren genau ich nehme euch mit auf dem neuen Bike auf dem neuen Helm direkt Fox Speedframe gekauft die Pro Version schauen wir mal wie es ist checken wir mal ab mal ganz locker easy cheesy in Freiburg fahren ja schauen wir mal oh das macht schon wieder so Spaß in Freiburg zu fahren so geil Wetter ich hab so ultra Bock hier ist erstmal noch ein bisschen Autobahn naja passiert jetzt noch gar nichts spektakuläres nachher kommt unten die Jumpline da schauen wir mal was wir springen oder was nicht wie gesagt ich werde mich erstmal ein bisschen ran tasten müssen das erste mal ja heute mit dem neuen E-Bike hier in Freiburg oh ja dann geht es mal los würde ich sagen oder dann geht es mal los unter anliegern rein scheppern so 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 aufgetreten so so jetzt fetzt dann gehts da rein Der E-Bike ist schon sick. Das geht so gut mit dem E-Bike, das ist unglaublich, so geil. Hallo. Hallo. ganz locker flockig fahren mal schauen ein bisschen zu kurz mit dem E-Bike echt komisch guck mal Käse gut gut so direkt rein jawohl da war Felge wir haben zu das macht jetzt nichts da wollen wir nachher mal schauen mal gucken das sieht gut aus ja erster Eindruck ultra fett das Bike geht richtig vorwärts mega geil das Rad geht richtig vorwärts ich komme sehr gut klar mit mal gleich vorweg super geil der Coil man merkt den Dämpfer übel anstatt Luft einfach mal Feder zu fahren jetzt spüre ich schon ein bisschen in den Armenpump letztes Mal Freiburg war 2-3 Monate her aber mit dem Big Bike mit dem Downhiller jetzt ein bisschen ruppiger mit dem E-Bike jetzt scheint mega chillig hier mit dem E-Bike hochzufahren genau so starten wir rein ja schon etwas anderes aber es geht richtig geil muss ich ehrlich sagen macht genau so Fun und Bock so ich meine ich verliere Luft aber es passt ja alles so da rein schön in die Anlieger schön in die Anlieger rein so wir haben mal außen weggezogen das Vorderrad wo fahren wir lang fahren wir ganz außen ganz außen fahren wir an so und rein jawoll jawoll jetzt muss ich mal recht schauen bis es hier lang geht gibt es irgendeinen neuen Abschnitt hier ich weiß es ehrlich gesagt nicht ja ja der war geil gesendet das ist hier die neue Line glaube ich wenn mich nicht alles täuscht schön außen rum geht sehr sehr fein sehr sehr locker flockig schön in den Anlieger rein Schikane rechts links kommt man jetzt auf so'n prop dazu schon rein ja ja gut gemacht okay ja ne 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 Vielen Dank.